Hallo und Willkommen zurück zu Sakura Wars. Es wird doch nicht Schatten Tokio herabstürzen. Wir werden irgendwo hingesaugt. Achso genau, das hatten wir am Abschluss der letzten Folge schon mal kurz gesehen. Und bei diesem Kirschbaum bin ich mir nicht sicher, der war doch sonst ohne Blüten, oder? Was ist denn, was hat sich passiert? Das ist das Haus der Vater. Das ist das Haus, das ist das Haus! Das Haus? Das Haus ist das Haus, aber... Das ist das Haus. Das Haus ist das Haus. Schau mal, Seijuron-San! Taito ist... Das ist... Man kann von ihrem Dorf aus Tokio sehen. Taito ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Ach, vielleicht von vor zehn Jahren? Sind wir im Tokio der Vergangenheit? Genau, das erklärt auch, warum der Baum noch so frisch und knackig aussieht, weil der war ja durch den Schlag des Dämonen in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber ich habe jetzt auch nochmal unterbrochen, weil ich nochmal auf eure Kommentare eingehen wollte und auf das, was wir letzte Folge gesehen haben. Es sind ja bis auf Sakura alle Mitglieder der Blumendivision gestorben, also der weiblichen Mitglieder und das konnte ich nicht so richtig glauben. Also deshalb habe ich da auch keine großen Worte drüber verloren. Denn für mich war die Erklärung, ich habe Claris als Vizekapitän ausgewählt und dann können die mir doch nicht einfach Claris klauen. Wenn ich jetzt Sakura genommen hätte als Vizekapitän und dann sterben alle anderen, weil sie sich selber opfern, das hätte ich von der Story noch begreifen können. Und dass wir dann ein Ende gemeinsam mit Sakura erleben, aber die können wir doch nicht mal die Claris einfach so wegnehmen. Ja und ein anderer Kommentar beschrieb es noch so, das ging ja alles viel zu schnell. Das können sie sich nicht vorstellen, dass die dann wirklich alle so schnell gestorben sind. Und dann gibt es natürlich auch noch Leute, die das ganz ursprüngliche Sakura Wars, was vom Sega Saturn oder so kennen. Da gab es eben auch ein bestimmtes Ende, was ich jetzt nicht erwähnen werde. Und das lässt eben auch vermuten... Naja, ich will mal dazu lieber nichts sagen. Gut, also wir sind in der Vergangenheit. War das also ein Zeitriss, in den wir hier gestürzt sind? Oder ist das nur eine Illusion? Oder wird uns das nur vorgegaukelt? Ja, das glaube ich nicht, dass wir in der Zeit zurückgereist sind, ehrlich gesagt. Eher, dass uns übel mitgespielt wird, so. Also, dass uns Gennern irgendwas vorgaukeln will. Ja, Sakura ist ganz schön groß geworden, was? Oh, und jetzt muss Sakura sich entscheiden. Soll aus ihrer Mutter der Kaiserschlüssel werden? Oder möchte sie ihre Mutter behalten? Das ist die vergiftete Versuchung vom Dämonen, oder? Ja, das ist das. Ja, Sakura ist das. Ja, Mutter! Sakura... Sie sind so großartig. Aber warum? Sie sind so großartig. Es wurde schön wieder aufgebaut. Das Kaiserschwert hat uns Frieden gebracht. Für zehn Jahre. Aber Frieden ist ja selten für die Ewigkeit. Wie wird sie grundsätzlich über dem Begekehr zu werden? Sie werden sie wieder aufgewandert. Also sind sie drei Stunden nicht wieder aufgewandert. Aber für das, dass sie den HINATAS... Sie müssen nicht aufgewandert. Ich habe mich schon vorbereitet. Es war gut. Ich habe mich für alle. Ja. Das ist nicht gut! Sakura? Du möchtest lieber, dass die Millionen Leute in Tokio sterben? Nein, das war natürlich total verständlich. Niemand möchte, dass die eigene Mutter stirbt und selbst wenn es eine Million Menschenleben kosten würde. Aber ich werde命en. Ich werde mit Tekkan zusammen mit Tekkan zu machen. Ich habe meine Mutter. Genau. Hinata fällt die Entscheidung wesentlich leichter als Sakura, denn Hinata weiß, dass ihr Opfer dafür sorgt, dass ihr Kind eine friedliche Zukunft haben wird. Also wie lange weiß sie natürlich nicht, aber sie weiß, dass es dadurch Sakura gut gehen wird. Während Sakura halt nur sieht, ja, sie wird durch diese Aktion ihre Mutter verlieren. Wie lange sehen sie sich? Das ist das, wenn halt ihr Kinder ihnen getroffen habt, findet ihr das Gefühl? Sie wird hier überhaupt nicht erfahren. Was die Mutter ist? Was ist das? Es gibt keine Vorstellungsehensweise für die Kinder ändern. Ich bin nicht so, dass ich mich nicht verletzen kann. Meine Mutter... Ich werde jetzt hier sein. Du sollst es in deinem Welt zu sein. Du sollst es in deinem Welt. Du sollst es in deinem Welt. Aber... Aber... Ich weiß nicht, dass du dich nicht so gut hast. Du bist in der Welt, dass du dich nicht so gut wirst. Ah! Du bist nicht so gut, dass du dich nicht so gut wirst. Du bist für dich, dass du dich nicht so gut wirst. Komm her und geh zurück. Ja... Ich verstehe... Ich verstehe... Komm, komm, ich bin wirklich ein Lachmusch. Seijurow-kun, ich versuche auch Sakura. Ich versuche, Sakura und ich werden unsere Welt retten. Ich werde immer mit Sakura... ... und ich werde immer noch die Frieden retten. Deswegen... ... bitte sicher. Ich... Ich werde auch... ... und Seijurow-kun... ... und Seijurow-kun... ... und Seijurow-kun. Ich werde es mir einfach... ... und Seijurow-kun. Ich werde es mir beim Geheimdiensten gehalten. Ja... Ich glaube, das ist gut. Ich habe es Prennen aufgerufen. Ich habe es einem ganz schönen Teil. Ich habe es nur mit meinem Erfurt. Ich habe es nur mit diesem Erfurt. Ich habe es genug. Ich habe es auch mit dem Erfurt. Es hat es so schön, Sakura. Frau, Frau... Frau, Frau... Sakura, meine liebe Frau... Na, gehen Sie! Und dann, die Welt... Sie können nicht nur die Welt leben. Genau, sorgt dafür, dass Hinatas Opfer nicht vergebens war. Nein, sie hat sich selbst gerettet. Es ist tatsächlich eine Reise in die Vergangenheit, wie krass. Und dann hat die kleine Sakura noch nur eine Reise in die Vergangenheit. Nur vermutet, dass es sich bei der großen Sakura um Sakura Singuchi gehandelt haben muss. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich will nicht weg! Aber ich kann mich nicht verletzen! Ich will nicht weg! Ich will nicht weg! Ich will nie weg! Ich will nicht weg! Ich will nicht weg! Ich kann mich nicht mehr übernehmen, aber ich kann mich nicht mehr übernehmen, aber ich kann mich nicht mehr übernehmen. Ich bin der Kuss, Herr Kuss. Ich bin der Kuss. Ich bin der Kuss. Der Kuss. Ich bin der Kuss. Kirschblüten schlagen alles. Das ist eine große Herausforderung. Ich bin sicher, dass ich wieder auf dich rufe. Alle, bitte sind wir nicht! Ja! Sie werden ja, wie ich mich selbst verletze. Wir werden definitiv nicht verletzen. Die Böse sind jetzt hier! Was ist das? Was ist das? Ich habe bereits meinen Geist gesucht, aber Gento sieht diese姿. Ich bin der Geist und ich, die Welt zu sterben. krass ja also tatsächlich sakura singuchi existiert noch in welcher form auch immer als ätherische gestalt vielleicht ist sie noch im schatten tokio und hat irgendwie verbindungen zu uns aufnehmen können wie auch immer hat sie einen schwall kirschblüten zu uns geschickt um uns wieder zu beleben damit wir noch eine chance haben gändern zu vertreiben dessen design übrigens sehr gut gefällt ich finde es toll dass man nicht so ein typischer alien artiger dämon ist also echsen artiger sondern ja das ja ja wie so ein zerbröckelt wie so ein zerbröckeltes menschengesicht aussieht also sein gesicht jedenfalls oder mit diesen weißen kugeln innen drin der lila ring an seinem rücken und so weiter das ist schon was man in der form noch nicht so gesehen hat ok ich werde jetzt direkt fortsetzen ist ja nichts passiert dem status kann ich noch einmal gucken aber da sollte sich nichts verändert haben das heißt steht ein kampf an oder oder mehrere ich werde mich nicht im du hast es das heißt das ist ich werde mich. ich werde mich. ich werde mich. Das ist ein Leitungen. Okay. Nennen wir es einfach mal Energiestränge, die müssen wir jetzt durchfahren. Das ist ein Wunderbarer, das ist ein Wunderbarer. Wie ist das? Was ist das Wichtigste? Was ist das Wichtigste? Nein, das Wichtigste! Alle, alle? Alle, ihr seid okay? Camiyama, ich bin egal! Ich bin bereit! Ich bin bereit, aber ich bin bereit. Aber woher die anderen? Alle, bitte! Ich bin bereit! Sein Siehrer, ich bin bereit! Azaami ist auch gleich. Aber ich weiß, dass ich hier nicht verstehe. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Wenn ich mich in dieser Situation beherrschte, dann ist das Schluss. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Aber ich bin bereit. Aber ich bin bereit. Ich bin bereit. Wie soll ich das machen? Kamiyama. Ich bin bereit. 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 Doch wenn ich die Bogen und die Einladungin kann, dann wird es langsamer, um das Skeum zu retten. Aber wenn ich die Bogen ist, die die Bogen und die Bogen von Bogen zu retten, dann wird es unbezieht. Die Bogen ist nicht zu benötigen, sondern zu bestehigen holds und zu speichern. Ich bin ein ganzes Wettbewerb. Wenn du das jetzt mal, dann muss der König auch die Kraft gewinnen und die König auch werden. Wenn du, die Königiniginige, die ich in die Weise verletzen kann, ... ... ... ... ... ... ... ... Ja, das ist so. ja sieben sterne aber wir sind nur sechs wir müssen das gar nicht gleichzeitig machen müssen die nacheinander aktivieren die sieben altäre ja ja sie 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 Okay, also erst Gegner besiegen. Okay, also do I need to kill the Koma. 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 Ich habe dir das nicht geglaubt, aber ich bin ein wenig Geh-Gehler. Hahaha! Weisig. Jeez! Ich mache das! Da! Was ist das? Das ist ein Geh-Gehler-Gehler. Das ist das Urug der Geh-Gehler-Gehler. Vorsicht, ist mein zweiter Vorname, also. Kann man die Sachen eigentlich auch vernichten hier? Nö. Aber die Sachen bringen uns nur ein bisschen Energie, hätte ich vielleicht besser im Kampf gemacht. Oh ne, jetzt kein Regen, ne? Kein Meteoritenregen. Das hat uns vor 10 Jahren gewaltig zu schaffen gemacht. Ich weiß sie noch genau. Das fand ich damals bei Final Fantasy 14 Online übrigens so krass immer den Gebiet auszuweichen. Ich hab das ja auf PS4 gespielt und da war mal so eine Zeitverzögerung drin. Da musste man quasi schon vorher den Stick bewegen, bevor die Markierung kam. Um es noch rechtzeitig zu schaffen, manchmal. Okay, was müssen wir jetzt tun? Hat das einer vor allem mitgekriegt? Ah ne, achso, wir, auf das Lieder Zeug, da kriegen wir Schaden. Ne? Das ist super gut. Wie ich es immer wieder schaffe, um hier runter zu fallen, auch wenn es eigentlich gar nicht ist. Ich bin glücklich, sagen wir, hier ist jung, muss man. Wir haben es geschafft, aufzulabern schmeckt mein Schwert. und da liegt er ja 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 Ist das? Ich bin der Ziel der Die, die, die... Ich bin der Realität! Das ist egal, wir haben es gut! Wir werden uns so weiterhoben. Ich bin der Sahne. Ich bin der Sahne. So, hier... Was? Ich bin der Sahne. Den Selbst auf dem Herbst zu haben... Wir sind die Wünste. Das war's für heute. Also doch, muss immer eine Person hierbleiben, aber wir sind nur sechs Leute. Ich bin sozusagen ein gewiss, der wird so viel zu sein. Ich bin hier. Tja, dass ich mir nicht auf mich. Ich bin der Team, dass ich so gerne an der Siebe! Ich bin der Siebe! Ich bin der Siebe! Wie ist denn das? Ich bin der Siebe, dass ich ein Dramatisch von der Karte schlafen habe. Was ich mit dieser Zeit? Ich bin der Siebe. Das war's für heute. Das war's für mich. 50 prozent sind die hälfte bekommst du darauf der versuch warum drücke ich warum drücke ich das ist wirklich schwer ich bin nur super doof aber jetzt habe ich wenigstens eine ausrede jetzt kann ich behaupten ich habe das alles wegen der trophy so gemacht dass er da einfach an diesem zentakel übernachtet wo ich ständig schaden kriege so und jetzt komme ich hier hoch also da ist also ich verstehe da wo ich schon eben geslidet bin jetzt muss ich drücken so ja du hast uns aber gar nichts dazu erlauben du bist quasi schon geschichte genan kannst du dann mal bitte weg kommen ich habe keine lust ständig schaden zu kriegen es ist nervig wenig schaden dass man da bekommt so hier bleibt jetzt wahrscheinlich asami stehen ja und spätestens bei der sechsten singularität fällt es dann auf dass uns eine person fehlt also für die sechste haben wir dann noch eine aber wenn wir dann zur siebten gehen wollen ist da niemand mehr der da noch hingehen kann ja ja merkt es jetzt schon ach die berliner ja 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 ich weiß das war blcher so ja 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 Dämonen-Gulasch. Dämonen-Gulasch. Ja, das wollte ich noch mal von unten sehen. Schöne Grafik. Das war's für mich. Das war's für heute. ja und wieviel prozent der plattform sind ausgeschaltet uiuiui nicht weg fliegen also da muss ich rechts muss ich gleich wahrscheinlich noch hin nix sagen hier muss ich gar nicht hin hier 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ok, wenn die Shanghai ja gleich auch noch helfen, dann müssen wir uns insgesamt nur um vier kümmern. Also, wenn die Shanghai ja nicht mehr, dann können wir uns wiederholen, dann können wir uns wiederholen. Das war's für heute. Das war's für mich. Es gibt noch zwei. Kamiyama, das ist mir zu retten. Ihr seid zu weit weg! Entschuldigung. Ich bin bereit. 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 Das war's für heute. Das war's für mich. Ja genau, das war ja ein Spaß. Ich mach dir auch ein Kram. Ich muss den Schaden nehmen, sonst stütze ich wieder runter. Ja, ist doch nicht wahr und jetzt wieder von vorne. Ja, es ist doch einfach schnell, glaube ich. Einfach durchrennen. Wenn man nicht an der Kante hängen bleibt, geht es sicherlich auch. Ja! 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 nicht darunter bitte nicht von vorne nein ich will das nicht von vorne machen ich will das nicht von vorne ich will das nicht von vorne deshalb läuft auch mal ein bisschen nach hier muss ich gar nicht hin oder doch da muss ich darüber das geht so gar nicht ich muss hier die mitte nehmen und er machte einen ganzen schritt also egal wie kurz man drückt tut mir leid dass ich dich nie ausreden lasse anastasia aber wir sind gerade im kampf schon aufgefallen ist ja noch eine lustige sprungpassage schiakou yuzuru noch ein kongkaidaketakara na ich gehe so schiite teetow sukke teegokuk kagehidau ha ha ich ich war ja ok das war ja sehr leicht und langsam wir sind voll geheilt und kamiyama hat seine Seelenenergie Warte, warte! Warte, warte! Ich bin nur ein! Warte. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Wir werden wieder ein. Sumire! Wir sind unsere Erinnerung. Wir sind die Zukunft. Danke, alle. Wir gehen. Nun, was heißt das wieder vereint? Ist die alte Truppe dann im Schatten Tokio wieder vereint oder im richtigen Tokio? Oh. Wir gehen. P penis in eine Flanke. Wir gehen jetzt mit der Strecke. Herzlichen Strecke. Geben Sie die Flanke. Geben Sie bitte! Ich bin jetzt hier! also diese salope deutsche übersetzung teilweise muss man sich daran gewöhnen ich versuche gerade eher ach so wir haben ja noch normale ziele dachte er dann würde uns jetzt angreifen machte auf und jetzt die hand ich habe ja dagswolds gespielt dagswolds 3 was glaube ich mit der hand er hat auch schon schaden bekommen der liebe gern an nutzt gleich wenn die hand noch mal wieder kommt noch mal spezial angriff ich muss ihn dafür ein bisschen im auge behalten ist aber wirklich sehr wie dieser ich weiß gar nicht mehr wie er hieß ja 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 ist klar wie soll man da ausweichen das ist lustig interessanter kampf werde ich wahrscheinlich beim ersten erschaffen aber lustig ist er wie kann ich denn gegen ihn vorgehen also das ist blöd das wollte ich gar nicht naja das war so saudo von mir aber gut wahrscheinlich schnell wieder aufgeladen ist klar ist klar ist klar ist klar dass die hand wieder ja leider ich bezahlt kraft zu früh ausgegeben das war so ja 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 jetzt könnte ich seine hand mal wieder gebrauchen da gibt es bestimmt ein trick dass man allen mit hohen ausweichen kann aber ich habe ich nicht drauf wirklich schöner postkampf wenn das spiel ist nun sehr sehr leicht aber wenn das jetzt so ein richtiger postkampf wäre dann wird das schon spannend wenn man dann 10 versuche braucht aber muss ich nah ran damit er seine hand zündet war seine hand war kurz aber lieber zu kurz ich will keine pause ja war leider wieder mal eine sekunde zu spät von mir der spezialangriff aber jetzt war da wieder ein bisschen heilung wäre auch super ich werde mal zu klares wechseln damit damit kam ja dann kam ja mal wieder ein paar hit points bekommen ich hoffe er sammelt sich welche ein und klares kann auch fernkampf in die hand unten bleibt das wäre ganz nett das tut weh, was Genan? was für ein gemetzel ein seil hüpfen hier mein gott dass er genau reinspringt ein 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 Ich bin der Wettbewerb. Ich will das! Mein Gott. Ich bin der Wettbewerb. Ich bin der Wettbewerb. Ich bin der Wettbewerb. Ich weiß nicht, dass ich das Wettbewerb. Ich bin der Wettbewerb. Ich bin der Wettbewerb. Ich bin der Wettbewerb. Ich bin der Wettbewerb. Oh, da kann man ausweichen. Das ist ja super. Die Hand. ja da hast du die finger verbrannt hauptsächlich wegen überheblichkeit die Das war's für heute. Geht ja. Was ist das? Ich bin der Fall, der ich nicht. Ich habe es geschafft. Ich hab es geschafft, Kamiyama! Wir sind ein großer勝利, was wir! Ich habe es so, Tate hat es geholfen. Ich habe es geschafft. 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 Ich dachte, dass ich mich für die Arbeit hatte. Aber ich bin auf die Reichweite. Ich war wirklich gut. Vielen Dank. Ich kann mich so schön sein. Was hast du gesagt? Das ist auch so. Wir sind auch. Ja, genau. Ja. Ich danke dir. Ich war wirklich gut für Sie. Alle? Ich habe keine Angst. Oh, Sumire! Aber es gibt auch alle... Ich habe mich nicht gewohnt, dass ich mich nicht bemerkt. Ich werde mich jetzt mit mir helfen. Ich bin gut, dass es so gut ist. Ich habe auch schon viel Arbeit gehabt. Ich glaube, dasselbe dich sehr stark ist. Ich werde jetzt auf den Weg zu spielen. Ja, das ist doch ein guter Kampf! All die Demonstrationen der Welt! Ich habe das gut gemacht! Ich habe das sehr viel Stimmen. Ich bin der Meinung, dass ich mein Lieber! Ja, ich bin das Ziel! Okay, das ist das Ziel, dass ich alles so gewusst! Se selbst zu jedem mal, das nicht die Verhältnis ist. Das Ziel der Welt, das Herz für die Kraft hat! Das war's für heute. Aber ich möchte jetzt auch für dich. Oh, Sumire. Danke, Kamiyama. Sie sind alle. Ja! Ja, ich habe da noch eine Flasche im Regal. Ja, ich habe da noch eine Flasche im Regal. Okay, es ist noch nicht vorbei. Ja, es muss ja noch ein bisschen was aufgeklärt werden. Zum Beispiel, wem das mysteriöse Schwert gehört, was vielleicht Oboro getötet hat. Muss man noch mal gucken. Wir müssen uns wahrscheinlich mit Claris auch noch aussprechen. Ich würde sagen, das machen wir dann alles morgen. Also, bis dann. Macht's gut. Tschüss.